Eine kurze Zeit waren wir 10 Milliarden Menschen. Hey, da kommt wer. Wir kommen aus Neu-Berlin. Es geht uns darum, allen zu helfen, die die Katastrophe überlebt haben. Wir sind jetzt fast drei Jahre hier gewesen. Wenn wir uns jetzt trennen, dann sehen wir uns wahrscheinlich nie wieder. Vielleicht möchte ich nicht mein ganzes Leben in diesem Stück Technologiefabrik. Wo willst du denn hin? Was geht's denn noch? Wir müssen jetzt auch nicht alle die gleiche Entscheidung treffen. Du hast echt gar keine Angst, oder? Wir sind ein Zufluchtsort. Was seid ihr denn alle so dumm? Warum habt ihr so ne Angst? Wir sind eins.